Ich bin eine Poupée de Cire, eine Poupée de sang. Mein Mann betrügt mich. Wiegt er im Manuel? Hast du Beweise? Nein, habe ich nicht, aber ich kriege ihn. Die Ehe ist doch in vielen Fällen lebenslänglicher Doppelhaft ohne Bewehrungsfrist und Strafaufschub. Man nimmt ein Blatt Briefpapier, ordentlich parfümiert natürlich, man schreibe einen Brief einem betreffenden Ehemann, einen glühenden Liebesbrief, natürlich so als ob ihn eine andere Frau geschrieben hätte, und schließe das Schreiben mit der Bitte um ein Rendezvous, zu dem man natürlich hingeht. Kommt der Gatte, ist er überführt. Was machst du hier mit meiner Frau? Aber mein Freund, das weißt du doch! Ich denke mir, jetzt ist es passiert. Jetzt ist schon, du bist auch noch übergeschnappt. Siehst du? Siehst du genau bei uns? Sie bei uns. Der Brief an meinen Mann, der war von mir. Ich wollte wissen, ob er mich betrügt, ob er zu dem Rendezvous kommen wird.